Ich habe bei Sephora diese Überraschungstüten gekauft. Für 10 Euro pro Tüte. Das ist einmal Wassermann und das ist einmal Skorpion. Ich bin nichts davon. Ich habe keinen Plan, was da drin sein könnte, aber wir machen es jetzt auf. Oh mein Gott. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ihr schaut noch nicht. Ihr schaut zuerst. Eine Badekugel, ein Mini-Desinfektionsgel und eine Maske. Sephora, allerdings, was ist los? Hier ist ein Sternzeichen oben. Ich vermute, dass hier noch ein Desinfektionsgel drin sein wird mit Sternzeichen Skorpion. Jetzt habe ich wieder zuerst. Oh mein Gott. Vanessa, was hast du dir auch erwartet für 10 Euro? Ich habe mich so gefreut. Ich dachte, da ist etwas voll Cooles drin. Ich zeige euch aber ganz schnell, was ich noch in Paris gekauft habe. Einmal ein Charlotte Tilbury Lip Liner und Lippenstift. Oh mein Gott, Leute. Dann einmal diese Palette von Anastasia Beverly Hills. Die ist so, so schön. Oh mein Gott. Das sind so Farben, die gehen immer. Die ist so klein, die passt überall rein. Die kann man immer mitnehmen. Die habe ich auch jetzt oben.